Hallo, Roland Kaiser hat in seiner Karriere schon einige Songs veröffentlicht, die so ein bisschen zwielichtig sind. Zum Beispiel Blut, Junges, Blut auf dem Album Frauen, Warum hast du nicht Nein gesagt oder jetzt ganz aktuell Du, deine Freundin und ich Also er singt hier von zwei Frauen, im Video sieht man sogar fünf, wir machen mal weiter Es geht hier tatsächlich um einen flotten Dreier, man muss sagen, wie es ist und in den Strophen wird er auch recht explizit Kurze Zwischenfrage, kann mir einer mal sagen, wofür das ist? Ist das für Crème Brûlée oder wofür ist das gedacht? Und hier am Ende vom Video ist auch ein sehr interessantes Bild, da hängt nur noch sein Jackett und man sieht die ausgezogenen Schuhe der Frauen Ich hoffe, weil die weggerannt sind, aber er weiß natürlich, wie man Frauen begeistern kann Ich lade euch beide ein Er legt die Frauen ein Zu knabberein und wein Zu knabberein und wein Ich vermute, er serviert Erdnussflips Was meint ihr? Entschuldigung Ja, ist ganz lustig, der Song kann man mal machen oder brach, ne geht gar nicht Schreibt es mal in die Kommentare Ich habe auf jeden Fall eine kleine Alternativversion vorbereitet Hier ist der Beat Das ist der Bass Der läuft die ganze Zeit im Kreis Und ja, dann können wir ja loslegen Ich singe wieder verschweinte Lieder Damit kenne ich mich aus Trag ich auch Anzug Und wirke bieder Der kleine Kaiser, er will raus Ich will mehr als eine Frau Meine Pillen, die sind blau Ich torkel auf euch zu Ich hör nur, lass uns bloß in Ruh Du, deine Freundin und ich Werden uns heut nicht küssen Das sollt ich jetzt mal wissen Du, deine Freundin und ich Wir sind heut nicht zusammen Ihr seid längst gegangen Und ist vielleicht auch besser so Verge ich euch noch mehr Und das ist nicht mehr so Aber ich werde euch noch nicht mehr Dank für's